Oh, ist das schön. Stichtrichtchen in den Augen. Zocker vertragen doch die Sonne nicht. So, hier müssen wir wohl hin. Also heute kommen die Huren. Okay, das ging nicht gut. Wir sind schon Level 11. Das ist natürlich... ...hardcore. Wir haben jetzt wenigstens unsere... ...Schwerter wieder. Auf geht's. Wir müssen uns jetzt tatsächlich den Weg erkämpfen. Boah, und das sind Bogenschützen unterwegs. Bogenschützen ist natürlich blöd. Oder Armbrustschützen. Oh Gott, noch so. Wie feige ist das denn von hinten anzugreifen, ne? Ihr seid wahrhaftig Huren-Söhne. Nicht Männer von Huren-Sohn? Sondern wirklich. So feige vor einem einzelnen Mann. Dass man von hinten angreifen muss. Nein, 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 nein. Asozial ist das. Da kommen die nächsten zwei, die sterben wollen. Ihr könnt noch verschwenden. Allesamt. Und... Wow. Das war jetzt nur, weil mein Zeichen nicht schnell genug regeneriert ist. Damit ich eigentlich gerechnet habe. Mh. Boah, in den Rücken schießen. In den Rücken schießen. In den Rücken schießen. Wir machen hier mal die Fliege. Komm. Muss jetzt die letzte Schwalbe für euch verbrauchen, die Idioten. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wie viele sind denn das? Muss irgendwo ein Netz sein. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Ja, nix, fight him from the back. Also... Hier, fähr von vorne. Wenn ihr schon zu zweit seid, fähr von vorne. Ich benutze auch nur ein bisschen Magie. Ich bin ein Hexter, ich kann das gar nicht so gut. Da hab ich jetzt zu lange ausgeholt. So. Hinten kommt niemand. Ich weiß, wir können die Zeit ein bisschen regenerieren. So. Ärgert mich, dass ich schon wieder alles an Schwalbe aufgebraucht habe. Okay, aber es sieht doch so aus, als ob wir da zumindest auf Anhieb gerade... ...reingekommen sind. Hm, Menschen haben immer so schöne viele Gegenstände. Ach ja, ja. Da lag doch noch einer auf der Treppe, oder? Genau. Und da hinten ist auch noch einer. Und dann nehmen wir noch einen internen Hof. Aufpassen, dass ich ja nicht gleich wieder angegriffen werde. Brauch ich denn den vernichtet? Da ist auch noch einer im Außenhof. So. Und jetzt geht's zwangsläufig ruhend so einen anderen Kragen. Wenn er nicht noch ein paar Wachen in der Hinterhand hat. Oder einfach so eine verwinkelte Bude, dass ich nicht weiß, wie man reinkommt. Okay. Erstmal noch den, den Schnapsschrank leeren. ... ... ... ... ... ... ... hat sich echt gelohnt. Ich mag Igni einfach. Igni ist auch das einzige, was so richtig wirkt, wie so ein Zauberspruch, finde ich. Der Rest ist so... ... ... ... ... ... ... ... Nicht hinter dich lassen. Nicht hinter dich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ren doch raus. Okay. Na. Ich muss echt ein bisschen auf die Anzeige achten. Ich will immer das Zeichen machen, auch wenn es noch gar nicht geht. Okay, alles klar. Und speichern. Immer schön speichern zwischendurch. Tschöck, Schnur. Tschöck, Schnur. Tschöck, Nägel. Alles klar. Okay, also. Und so wahrscheinlich eins oben drüber irgendwie. Oh, da komme ich ja so nicht hin. Mal schauen. Wo geht's denn hier hoch? Da ist auch ne Treppe. Töte. Oh, na, herrlich. Ist sie tot, oder kann man dir noch helfen? Na, genial. Was ist der Sandwich, das ist das? Oh, fuck me! Help me for fuck's sake! No one's coming. Stopp! What? What do you want? Hm. Ah, so Lust zu töten habe ich ihn ehrlich gesagt auch. Mal vorher würde ich gern mit ihm reden. Hm. Okay, wegen Rittersporn. Ja. Kann ich ihn danach noch töten? Ich habe ein paar Fragen zu beginnen. Ich werde dir alles erzählen. Ich schaue eine junge Frau und eine Minstrel. Ich weiß, dass du sie kennst. Ja. 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 Das war... Ich erinnere mich. Ja. 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 Ich verstand. Es ist ja furchtbar, dass die ganze Zeit diese Füße da noch rumbaumen. Halt die doch mal an, die Frau! Ah, es pendelt sich erst aus und dann fängst sie wieder an. Etwas unlogisch. Also erzähl mal! Ich möchte wissen, wie die Ashen-Haired-Women endet dich zu treffen, und was hat sie passiert. Was hat sie passiert? Sie hat mich verletzt. Lass noch mal eine Minute, und ich lasse deine Ballen. Wir haben ein Verhältnis gemacht. Ich wollte ihre Magik Filler-Watsit reparieren. Die Frau und die Songster wollten mir das Geschenk von Siggy Reuven bringen. Aber sie haben nicht gemacht, also habe ich aus dem Handel gewonnen. Was hast du gemacht? Ich habe ihre Flunke, Dodo, und ich habe sie für ihn gewonnen. Schau, das hier. Hier ist das, was sie wollen. Eine Phylacterie? Sie können etwas wie das? Nicht ich. Ich weiß einen Mann. Ich werde deine Zeit vergessen. Ich werde deine Zeit verraten, Junior. Ich habe meine Zeit gefertigt. Ich werde dir, ich werde dir alles erzählen. Ich werde dir alles erzählen. Es ist genau wie es passiert. Die Plane! Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Schau mal, Dandelion. Du kannst nicht auf Doodoo in Horsen Jr.'s Hand sein, du kennst das. Ich weiß, ich weiß, aber mein Geist kann nicht so sein. Und keine Stimmung von Sympathie kann ich silenceen. Es blottet es aus. Ich werde in allein, du weißt? Du wirst du draußen. Ich kann nicht, dass du alleine gehen kannst. Wenn nichts passiert, Daryl wird meine Hände aus. Niemand muss sichern, unsere Retriebe. Es wird ein Problem sein. Dinge können sich intensiv werden. Wir müssen schnell fliehen. Gehen in der Kirche. Du hast du gelernt, wo Horsen schiebt Doodoo? Room auf der Oberfläche. Das mit dem Balkon. Ich muss mich auf den Rücken. Ich warte für mich in fronte von Junior. Und ich weiß, dass es schwierig ist, aber versuchst, dass sie konspicuously aussehen. Wenn sie... wenn sie dich verletzen, wird Horson bezahlen. Ich muss auf den Ruf hochstehen. Cool, wir spielen heute Asiri. Sehr nice. Und dass wir Dandelion zurückgeschickt haben, ich glaube, das ist durchaus ein Sinn in der Geschichte. Auch wenn er sich meistens nicht hat abschütteln lassen, zumindest im Buch. Auch wenn er kein Kämpfer ist und je sein wird. Mal schauen, hier muss man rüberhören. Okay, also einmal Assassin's Creed-like über die Dächer. Sehr schön. Ja, cool. Mit Sicht über die Stadt. Das kriegt man so als Geralt auch nicht so schnell. Ist abgeschlossen, Mädel. Hm. Kommen wir da nicht rein mit? Echt nicht? Okay. Ja, aber noch eins weiter, wenn ich da eins runterkliere, da sterbe ich. Hm. Blöd. Durch das Fenster. Ah, da. Okay, dadurch sollen wir wahrscheinlich... Jetzt zieh meine an. Und jetzt, mein liefer Dodo. Ich glaube, ich werde ein anderes Werk versuchen. Ich bin froh, dass ich mich mit diesem. Du bist ein fucking Barmy, Junior. Hat jemand dir das gesagt? Nein. Most sagen sie sind gut. Wollen sie mich kennenlernen. Also, du möchtest eine gute Familie? Du möchtest neue Verkaufs machen? He 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 he. Du planst, mich an jemanden interessanter zu erinnern? There you are. Good of you to come. I've been waiting for you. So, den Kampf müssen wir jetzt wahrscheinlich verlieren, ne? Na, wobei. Passt doch. An eye for an eye. An eye for an eye. They're coming. Du du. Du du. This is what we'll do. Get that fucking whore! Sehr fein. So macht man das mit einem Doppler. Da hat jemand Hurensohn perfekt imitiert. So, sollten wir als Siri eigentlich auch looten? Wir haben eh kein Inventar, ne? Na gut, raus mit uns. Das ist total ungewohnt, dass man jetzt diese Zeichen nicht mehr hat. Aber das Ausweichen ist dafür mit ihr ein bisschen cooler. Irgendwie kann man bei Siris Geschichte auch echt schwer sterben, glaube ich. Aber sie regeneriert ihr Leben selbstständig. Das ist mal im Vergleich zu Geralt deutlich einfacher. Aber gut, wir haben auch kein Inventar, von daher. Wie soll es denn sonst gehen? Jetzt frage ich mich aber immer noch, wie das mit diesem Kästchen abgelaufen ist. Dass er das bekommen hat. Also, dass er das immer noch hat. Komm. Komm her. Komm her, stirb! Sie ist ein bisschen stummt, wenn sie auf das Schild trifft. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, genau. Ein schwerer Angriff. Funktioniert schon mal besser. Alles klar. So sollte das auch mit Geralt funktionieren. Aber man muss ja auswählen können, was man nimmt und was nicht. Achso. Hm, speichern. Genau. Das ist, was passiert. Das ist, was passiert. Ich habe gesagt. Das war ein чament. Was ist mit der Frau? Was ist mit der Frau? Ich weiß, was ich weiß. Einige Mädchen hat sie in der Brühe, aber sie ist alive, ich versuche es. Hast du nichts anderes zu sagen? Ich habe dir alles, was ich weiß. Alles. Du hast die Frau, die ich schaue. Du hast sie verletzt. Sie hat mich verletzt. Ich habe ein Recht, mich zu schützen. Ich bege dir. Du hast, was ich deserve. Ich habe Verletzung. Bitte. In dem Fall nicht. Also wie er die Leute auf uns gehetzt hat, wie er mit Dodo umgegangen ist. Der wird uns in den Rücken fallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Let me tell you, where things stand. Das war's mit Hurensohn. Ich habe davon abgesehen, dass der Mann sowieso... so viele Menschen auf dem Gewissen hat und noch auf dem Gewissen haben wird, wenn ich ihn am Leben lasse. No, no, no. Das geht so nicht. Also... Ich muss mal hier wieder rauskommen. Wenn ich da jetzt runterspringe, sterbe ich vermutlich. Da ab. Und wir sind hier nur ein Stückchen näher gekommen, aber zumindestens etwas. Ich weiß jetzt zumindestens, dass Dodo noch irgendwo ist und irgendwo am Leben ist. Und die anderen beiden natürlich auch, aber das war ja auch irgendwie klar. Die werden nicht in der Side-Story sterben, wenn dann überhaupt in der Main-Story. Ja. Ich bin mal gespannt, was der jetzt von mir will. Das wirkt irgendwie nicht sonderlich gut. Das wird es nicht so gut. Da bist du. Du brauchen etwas von mir, Herr Vier? Du hast niemals eine Worte zu sprechen. Sehr gut. Find Philippa Eilhart. Das ist mein Wunsch. I ordered her eyes gouged out once, but apparently her blindness troubles her not. My hunters have detected Lady Isleheart, hiding east of Oxenfert. They have further established that she has magically sealed the entrance to her shelter. Entering it will be difficult. I believe you might succeed in doing so. Bring her to me, alive. Philippa Isleheart? What's she looking for here? I suspect she wants to find her old friends, reconvene the lodge. Perhaps she seeks revenge on me. Lady Isleheart is known for her persistence. At times I recall the lessons she gave me when I was a child. Her teachings as memorable as the punishment she meted out. She was subtle and patient in her cruelty. I took her sight, but she remains dangerous. I had advised you to be cautious. I believe, ehrlich gesagt, nicht, dass wir gegen Philippa auch mit ausgestimmten Augen so viel Chancen haben gerade. Also, auch schon cool, dass sie jetzt auch wieder auftaucht. Philippa's using magic. You'd be better off sending mages after her. Heh. I cannot count on their aid. We parted ways after the events at Loch Muin. Parted ways? You gathered them in one place, then gave the order to murder them. You ignore the context. They'd assembled to revive the Conclave. The very same they'd once dismantled. Okay, alles klar. So weit habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe die Loge gelesen, dass es die gibt auf jeden Fall. Aber wie das Ganze ein Ende genommen hat, weiß ich gerade noch nicht. Lese ich noch. Okay, wo komme ich denn hier runter? Naja, so gute Waffen haben wir derzeit noch nicht. Also, den Emmental habe ich übrigens immer noch nicht verkauft, habe ich nicht übers Herz gebracht. So, jetzt haben wir ja immer noch Skelliger angezeigt. Aber ich würde jetzt erstmal meditieren in der Runde und dann eigentlich wieder zurück zur Briscilla. Wobei ich auch nicht ganz genau weiß, wie die einem jetzt weiterhelfen können. Aber, naja, gut. So. Müssten jetzt mal, wobei wir können auch mal hier das Anschlagbrett, wenn wir schon da sind, noch nehmen. Und dann zum Hafen nochmal. Müssten jetzt mal, wobei wir können auch mal hier das Anschlagbrett, wenn wir schon da sind, noch nehmen.